Was begeistert dich an dem Campaigning Summit Switzerland besonders? Ich denke, man kann Bücher wälzen, Fachzeiten durchlesen, Fachzeitschriften durchlesen, aber es ist nichts so inspirierend, wenn man direkt da mit den Leuten networken kann. Also wenn du in dem Campaigning Summit Switzerland drei Worte beschreiben würdest, welche würdest du dazu wählen? Also ich würde sicher mal sagen, es ist sehr inspirierend, es herrscht eine lockere Atmosphäre und die man auch gerade dazu nutzen kann, um gut networken.